Schönen lieben, guten Abend in die Runde. Hallo, hallo, liebe Mädels. So, dann gucken wir mal, wie wir den heutigen Abend gut bewältigt bekommen. Hallo, hallo, ihr Lieben. Schön, gut, okay, der Abstand scheint einigermaßen zu passen. Wir sind nicht ganz so nahe, wunderbar. Okay, schön. Hallo, so, meine Lieben. Sonntagabend, Zeit fürs Stempeln lernen von der Bicke auf. Und ich möchte heute beginnen mit dem Thema vom letzten Mal. Wir haben ja das letzte Mal die kleine Challenge gehabt, wo ich gesagt habe, mit dem Stempelset Gänseblümchen, grüß wer das hat und mit den zwei passenden Handstanzen darf gearbeitet werden. Und wir haben gesagt, mit maximal ein bis zwei Farbkartonfarben und einem Stempelkissen. Und es war ganz, ganz spannend. Ich habe nämlich einige, ja, ich habe einige Karten zugesendet bekommen. Per E-Mail, per WhatsApp. Also, mir hat einiges erreicht. Eine zweite habe ich selber auch noch gebastelt. und habe da meine Sonntagsidee nochmal schnell umgesetzt. Und ich muss sagen, es hat echt super funktioniert. Also, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und, ja, ich freue mich riesig über Ihre Teilnahme an dieser kleinen Challenge. Okay, ihr Lieben. Und bevor ich jetzt die ganzen Werke mal schnell via iPad zeige, die wir erreicht haben, möchte ich Ihnen kurz noch diese Variante zeigen. Und zwar ist die gemacht rein mit dem Stempelkissen Marineblau. Ich habe da das Gänseblümchen bis zu viermal abgestempelt. Also, man sieht da sehr schön, das ist der erste Stempelabdruck. Das war der zweite. Der dritte schaut dann so aus. Und so hell wird der vierte. Also, es ist alles mit einer einzigen Person. Vielleicht sollte ich mir eins Bildwerk schickt. Heute habe ich das Handy andersrum drin. Also nochmal, das ist der erste Abdruck. Das ist der zweite Abdruck. Das war der dritte Abdruck. Und das war der vierte Abdruck. Also, man sieht schon, es wird immer heller und trotzdem natürlich im Ton passend. Nona ist ja dieselbe Stempelfarbe. Und das hat super mega funktioniert. Und was ich ganz spannend finde, ich habe dann mit dem Wink aufs Teller bei einigen nur drüber geglittert. Und das sieht man auch sehr schön. Ich versuche das einmal ein bisschen näher einzufangen. Und zwar hat sich da dann schön die Farbe auch noch vermeilen lassen. Und zwar auch bei dem ganz, ganz hellen. Da ist es eine ganze Zeit fast in eine Rauchblau Richtung gegangen. Also ganz, ganz süß. Und das glitzert natürlich total super. Also das hat megamäßig funktioniert. Und ich habe alle Blümchen auf Dimensionals gesetzt. Also auf die Mini-Dimensionals und auf die normal großen Dimensionals. Und habe das Carpe Diem einfach plan, also ohne Erhöhung, auf die Karte geklebt. In Natura sieht man es total schön. Das hat eine totale 3D-Wirkung. Und funktioniert wirklich super gut. Also man sieht schon, man kann auch für diese Technik des erhöhten Hintergrundes ohne weiteres Handstanzen verwenden. Man braucht da nicht unbedingt die Big Shot. Ich habe das schon einige Male gesehen mit diversen Stempelmotiven, aber alles eben mit der Big Shot gefertigt. Gut, ich hoffe, dass das für den einen oder anderen auch nochmal eine Anregung ist, wie man dieses Set unter anderem auch noch verwenden kann. Und man sieht schon, ein und dasselbe Set und ich glaube, noch recht viel unterschiedlicher könnten diese beiden Karten gar nicht sein. Natürlich ist auf beiden das Gänseblümchen drauf, noch nah. Aber trotzdem sind sie von der Wirkung total anders. Also ich finde das wirklich super. Ich liebe diese Challenge. Das hat wirklich total Spaß gemacht. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne noch zeigen, was mich so erreicht hat. Und dazu schalte ich mal ganz schnell meine Fotos ein und werde jetzt einfach mal so ein bisschen mit ihnen durchscrollen. Jetzt schalten wir mal da schnell das Licht aus, dann kann man das hoffentlich besser sehen. Okay, also diese Karte hat mir recht. Auch das ist nur mit einer Stempelfarbe gearbeitet. Also das war in dem Fall, glaube ich, mit Blutrot, so wie es ausschaut. Oder aber Blutoranger könnte es eventuell auch sein. Das kann man jetzt da nicht so genau sagen. Aber coole Idee auch, oder? Mit einem abschneiden der Gänseblümchenblätter. Finde ich ganz, ganz super. Auch diese Variante hat mir reicht. Auch die finde ich ganz, ganz, ganz mega schön. Also ganz süß gemacht. Auch da noch mit dem kleinen Streifen Designerpapier im Hintergrund. Ganz, ganz süß. Das ist ein älteres Designerpapier, aber ich finde es super schön. Und das ist jetzt wohl nicht das Stempelset, das ich gezeigt habe, sondern die Vorgängervariante. Aber auch da sieht man sehr, sehr schön, wie super sich das gestalten lässt. Also ganz mega. Und das kann man natürlich mit dem neuen Stempelset, also mit dem da, ja genauso super umsetzen. Dann nimmt man halt das Blatt und die Blüte zum Beispiel da zum Runterstempeln. Also da kann man sich genauso austoben. Auch die finde ich ganz, ganz, ganz mega. Also eine Schwarz-Weiß-Variante einmal. Ganz witzig. Und was mir da besonders gut gefällt, ist auch der gestaltete Hintergrund, der da nur so einen Zentimeter raus blinzelt. Ganz, ganz schön gemacht. Und das hat sie auch innen nochmal gemacht. Also mega, mega, mega schön. Sehr, sehr cool. Finde ich auch. Super, wie unterschiedlich die Karten worden sind, oder? Ja, total mega. Auch das ist mit dem Vorgängerset gebastelt, mit dem ersten. Aber man könnte das ja so in die Richtung genauso mit dem neuen Set auch machen. Diese Variante auch, auch total schön. Auch die Variante finde ich besonders pfiffig gemacht, mit dem Dreieck im Hintergrund, verbunden mit den drei Blümchen. Das hat auch so einen richtigen Wow-Effekt. Da schaut man sofort hin, oder? Das macht total, total witzig. Also sowas würde ich nie, auf so eine Idee kann man die nicht. Finde ich aber mega. Und da einmal im Kreis angesetzt. So wie ein Spotlight, also wie ein Lichtpunkt. Finde ich auch ganz, ganz, ganz pfiffig gemacht. Also ihr seht schon, auch die von der Carina, von meiner Innenstempelt, super, super, super schön gearbeitet. Also die ist auch, gefällt mir auch mega gut. Und auch die, süß, oder? Jede für sich ist wirklich so, so bezaubernd gemacht. Da nochmal eine grüne Variante. Ganz, ganz fest. Und auch die finde ich ganz besonders schön. Einfach nur die drei Blätter im Hintergrund, noch ein bisschen sprengelnd gemacht. Zwei, drei Steinchen. Total mega. Und auch die finde ich ganz, ganz schön gemacht. Einfach so von der Seite her reingestempelt. Also man sieht schon, und auch die, die finde ich auch so pfiffig. Mit dem großen und mit dem kleinen Gänseblümchen. Ja, das waren also die Varianten, die ich so von Ihnen zugesendet gekriegt habe. Und ich muss wirklich sagen, ich war ganz, ganz, ganz positiv überrascht, wie viel gekommen ist. Und auch wie unterschiedlich. Also das war, ja, finde ich ganz, ganz spitze. Also sehr, sehr cool. Okay. Ja, also ich finde, da haben sich die diversen Damen wirklich einiges einfallen lassen. Und ich freue mich total. Vielen, vielen Dank für die Zusendung der Karten. Und ich glaube, man sieht jetzt, was man aus einem einzigen Stempelset mit nur einem Stempelkissen alles rausholen kann, wenn man ein bisschen probiert. Und so geht das natürlich mit allen Stempelsets. Also ja, überhaupt, wenn man in Kombination mit Handstatzen, oder? Da ist man sofort ein Megaschiff, sozusagen. Okay, gut. Das war also jetzt nochmal zum Abschluss von unserem letzten Sonntagsstempeln von der Picre auf. Und heute widmen wir uns jetzt, ja, dem nächsten Thema. Und zwar werden wir heute jetzt vorerst zum letzten Mal Stempeln von der Picre aufhaben. Diese Serie wird aber in eine zweite Staffel, wenn man so will, gehen. Also wir haben jetzt einmal den Block 1, das einmal so richtig Basis, Basis, Basiswissen ist, haben wir jetzt dann mit heute abgeschlossen. Aber wie gesagt, es kommt dann nochmal, es gibt sicher ein nächstes Level oder wie auch immer. Und ich habe schon hundert Ideen, was ich noch mit euch machen will. Also angefangen, vor einmal sämtliche Techniken einmal ausprobiert, bis hin zu, wie genau man jetzt mit den Impossen, was man mit dem alles machen kann. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel. Also es gibt noch viele, viele, viele Themen, die wir so wirklich Punkt für Punkt aufarbeiten können. Und da wird es noch einiges geben. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns eben jetzt heute dem neuen Thema. Und da möchte ich jetzt einmal zu sprechen kommen auf sämtliche, wie soll man denn sagen, Sonderstempelkissen, wenn man so will. Wir haben ja unsere Grundstempelkissen, die alle auf Wasserbasis sind und die gibt es ja in 50 Farben. Also wir haben 40 Standardfarben und wir haben 10 Inkalas. Und die haben wir ja schon besprochen, die Stempelkissen. Und heute möchte ich gerne kurz einmal zu sprechen kommen, eben auf die anderen Stempelkissen. Also beginnend mit Versamark über Stason, die wasserfeste Dinte, hin zur schwarzen Memento, die wiederum wasserlöslich ist. Und da habe ich noch ein ganz neues Kissen von der Stason in schwarz. Und auch das werden wir uns noch genauer anschauen. So. Okay. Also. Achso. Und Flüsterweiß haben wir auch noch. Flüsterweiß schaut im Katalog auf den ersten Blick aus, als wäre es unser Standardkissen in schwarz. Aber Vorsicht, das ist kein Schwarzton, sondern das ist wirklich weiß. Also das ist Flüsterweiß. Steht auch drauf. Aber auf den ersten Blick, durch das, dass oben die Fläche schwarz gewählt worden ist, könnte man meinen, das wäre eine schwarze Dinte. Okay, gut. Dann würde ich sagen, widmen wir uns einmal dem Thema schwarz. Immer wieder wäre ich nämlich gefragt von meinen, ja, Bastelmädels, speziell die, die jetzt noch nicht ganz lang basteln. Daniela, ich hätte gerne eine schwarze Dinte. Welche bestelle ich jetzt? Bestelle ich die Memento oder bestelle ich die Stason? Ja. Stason und Memento sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Warum? Memento ist wasserlöslich und die Stason ist wasserfest. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur schwarze Stempelabdrücke machen möchte, schwarze Sprüche, wenn ich eine schwarz-weiss Karte zum Beispiel basteln möchte, dann ist sicher die Memento eine ganz super feine Tinte. Zum einen ist sie wirklich schön schwarz, also die ist nicht graustichig, sondern effektiv ein schwarz-schwarz oder tiefschwarz. Also die ist super. Aber sie ist wasserlöslich. Ist super, wenn man gerne, ja, mit unserem Reinigungsschwamm arbeitet, geht super gut. Und auch wenn man gerne mit unserem Reinigungskissen, also mit der Schruppkiste arbeitet, dann super. Dann ist die wasserlösliche Tinte natürlich total perfekt. Möchte man aber zum Beispiel mit dem Winkaufsteller gerne färbig etwas ausmalen. Also angenommen, man möchte jetzt einen Stempelabdruck machen und man möchte jetzt mit irgendeiner Tinte mit dem Winkaufsteller oder mit einem Wassertankpinsel ausmalen, dann ist die Memento verkehrt, weil sie eben wasserlöslich ist. Und wasserlöslich heißt, schauen wir uns das einmal ganz schnell an. Ich stempele also da jetzt zum Beispiel die Schneeflocke ab. Und in dem Moment, wo ich da mit irgendeiner Wasserbasis drübergehe, also so wie eben der Winkaufsteller Wasserbasis ist, blutet mir das so gräulich aus. Sieht man da jetzt, glaube ich, eh ganz schön. Wenn ich dasselbe mache mit einer wasserfesten Tinte, ich kann mir das gerade einmal schnell reinigen und auch trocknen, dann muss man uns da nicht in das Wasserlösliche rüberziehen. Wenn wir also dasselbe jetzt mit dem Stesson-Kissen machen. Dann ist das wunderbar wasserfest. Jetzt bin ich das nicht mehr so gewohnt. Mein altes Stesson ist nicht so gut gefüllt. Jetzt habe ich da voll zu viel drauf. Aber macht nichts. Jetzt ist kein besonders schöner Abdruck geworden, weil ich einfach zu viel Tinte habe und noch ein bisschen verrutscht bin. Aber wir lassen den jetzt ganz, ganz kurz antrocknen. Man sieht schon, beide sind ähnlich schön schwarz. Also es macht vom Abstempeln her jetzt einmal nicht den riesen Unterschied, ob ich Memento nehme oder Stesson. Also beide sind schön tief schwarz, so gesehen kupftürgestiefelt. Aber in dem Moment, wo ich da jetzt mit dem Wasser drüber fahre, und ich hoffe, sie ist jetzt schon trocken genug, sieht man, und sie ist trocken genug, dass die nicht ausblutet. Also ganz daraus ein ganzer Spitzel, weil eben wie gesagt, ich bin zu fest reingetaucht. Aber man sieht da ganz schön, dass es so gut wie gar nicht ausblutet. Im Gegensatz zu da. Also ich glaube, man kann den Unterschied sehr schön erkennen. Und das ist eben der Unterschied zwischen wasserfest und wasserlöslich. In dem Moment, wo etwas wasserfest ist, kann ich dann auch mit einer Farbe zum Beispiel reinmalen. Und es passiert mir nichts, es blutet einfach nicht aus. Okay. Dann ist die nächste Frage sehr gern, wie ich denn meine Kissen lagere. Also ich gebe immer die Schutzhülle drauf und ich lagere meine Kissen tatsächlich über Kopf. Das Schöne bei unseren Stampin' Up Kissen ist ja, dass der Schwamm, auf dem ich praktisch meinen Stempel mit Farbe befülle, der ja im Normalzustand über Kopf gelagert ist, sozusagen. Und das hat natürlich den Effekt, dass ich die Tinte dort habe, wo ich sie haben will. Das haben wir ja schon besprochen. Und dementsprechend lagere ich auch die Memento und die Stason über Kopf. Bei denen ist jetzt effektiv eigentlich umgedreht. Also die Firmen, die diese Tinten herstellen, haben es eigentlich nicht so geschickt gelöst wie Stampin' Up, sage ich jetzt einmal. Und daher lagere ich die einfach so. Okay, jetzt muss ich mal ganz schnell lesen, was ihr so reinschreibt. Die Bea schreibt, wie reinige ich Stason-Stempel? Bea, reinigen, das schauen wir uns heute ganz genau an. Es gibt dazu den Stason-Reiniger. Also man sieht schon, steht auch direkt drauf. Also der ist für wasserfeste Tinte konzipiert. Da nutzt uns der Stempel-Reiniger nichts. Der würde das nicht runterlösen. Aber der Stason-Reiniger, der bringt das ziemlich gut runter. Gut, und dann wollte ich noch sagen, es gibt eben von dieser Stason, also von der wasserfesten Tinte, auch eine braune Variante. Die schaut so aus. Das ist wirklich, ja, nehmen wir mal schnell noch einen anderen Stempel. Nehmen wir gerade einmal schnell einen Gummistempel dazu. Die schaut so aus. Also das ist so ein mittelbraun, würde ich jetzt einmal sagen. Ich glaube, das kann man jetzt so ganz schön erkennen. Und es ist auch tatsächlich ziemlich so ein Braunton, wie man es über die Kamera sieht. Okay, auch da haben wir wieder das Schutzbett drauf. Das gebe ich mir drauf und lage eben, wie gesagt, über Kopf. Okay, das sind also unsere schwarz- und wasserfesten Teile. Die Ina schreibt gerade, sie mag die braune, total gern. Ja, das ist wie bei allem, eben Geschmackssache, ne? Antique und Vintage, total super, gar keine Frage. Okay, gut, damit haben wir das einmal gesehen. Und dann gibt es noch das sogenannte Versamark. Und Versamark ist eine, wie soll man denn sagen? Das ist eine Tinte, die ist ein bisschen klebrig, zu Beginn, wenn man sie abstempelt. Aber wenn sie durchtrocknet, dann hört das klebrig sein auf. Und das kann ganz, ganz schön sein, wenn ich so einen Wassereffekt haben will. Also so einen Wasserzeichen-Effekt, so muss man eigentlich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, ich möchte gerne so ein paar Sterne. Stempeln. Und ich möchte aber gern, dass die nicht irgendwie färbig sind. Dann kann man das mit dem machen. Und jetzt hoffe ich gerade, dass man das sieht. Ich will gerade einmal versuchen. Ja, da jetzt. So, wenn man es so ein bisschen dreht, dann sieht man es in Natur. Da sieht man es viel besser. Ich habe extra zwar einen dunklen Karton gewählt, dass man es ein bisschen besser sieht. Aber da sieht man es jetzt sehr schön. Also das trocknet wirklich so auf und das hat dann so ein bisschen den Wasser... Ja, den Wasser... Was sagt man denn da? Vorher habe ich es noch gesagt. Da fehlt mir immer das Wort. Den Wasserzeichen-Look sozusagen. Also total cool. Ich könnte jetzt natürlich da einen Possingpulver drauf geben. Das Ganze mit einem Heißluftfön zum Schmelzen bringen. Dann hätte ich genau diese Stempelabdrücke, die jetzt da drauf sind, die man jetzt da fast gar nicht sieht. In zum Beispiel Weiß oder in Silber oder in Gold oder wie auch immer. Aber wenn ich es nur so draufstempele, dann habe ich eben den Effekt, dass ich diesen Wasserzeichen-Effekt habe. Okay, ganz spannend. Die Renate Gertig schreibt gerade, kann ich nach dem Versamark ins Stempelkissen gehen? Ja, können Sie, Renate. Und das wird oft beschrieben als Technik zum Klarempossen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einem weißen Untergrund einen blauen Stempelabdruck haben möchte, also einen färbigen Stempelabdruck, egal ob das blau oder rot oder was auch immer ist, dann kann ich vorher zum Beispiel ins Versamark gehen, dann direkt ins blaue Stempelkissen, dann direkt abstempeln und klarempossen. Und dann hat man die Schrift in sozusagen 3D und trotzdem aber blau. Das geben viele immer an, dass sie es so machen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich nicht zu lange Zeit lässt, dann kann man sich diesen Schritt mit dem Versamark sparen. Mit dem Versamark hat es den Vorteil, dass es länger funktioniert, weil die Tinte länger klebrig bleibt. Aber es reicht eigentlich ohne. Und ich persönlich bin jetzt nicht der Riesenfan, aber ich weiß, dass es ganz viele machen. Also ja, man kann. Ich persönlich mache es nur nicht so gern. Irgendwie ist das für mich, es geht zwar das Klebrige laut vielen Demonstratoren nicht ab im Stempelkissen, aber ich weiß es nicht. Also mir ist es immer so eine Spur unangenehm. Aber das ist eben wie bei allem. Der eine ist da, ich sage jetzt, ein bisschen bingeliger und der andere dann eben nicht. Also das ist so, ja, muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde, es geht ohne zum Embossen auch total super. Okay, die Bea schreibt gerade, klebt dann nicht das Farbstempelkissen auch mit der Zeit? Ja, scheinbar nicht, Bea. Also viele machen das und sagen, nein, gar kein Problem. Aber ich persönlich, mir tut es immer ein bisschen in der Seele weh. Aber ich glaube, das ist so ähnlich, wie wir mit dem Stempel auseinanderschneiden. Manche meinen, da gar nichts schneiden, Stempel auseinander. Und andere sagen, das kann ich einfach gar nicht machen. Und ich glaube, so ist das da auch. Also es hat keine Riesenauswirkung. Es schädigt die Stempelkissen nicht total. Aber ja, siehst du, die Ina schreibt gerade, sie macht das auch ab und dann und hat keine Probleme. Also ich weiß, dass es einige machen. Sonst würde ich es nicht sagen. Aber ich persönlich bin jetzt gar kein Fan. Entschuldigt, bitte. Spannend. Die Gerlinde schreibt gerade, habe gelesen, dass man vorher ins Fahrtkissen und dann ins Versailles gehen soll. Gerlinde, bitte nicht. Das ist die verkehrte Reihenfolge. Weil wenn sie vorher ins Stempelkissen gehen und dann ins Versamarkt, dann haben sie die Farbe vom Stempelkissen im Versamarkt. Und dann werde ich im Versamarkt total bunt. Und das definitiv. Also das tät ich auf gar keinen Fall. Weil in dem Moment, wo sie zum Beispiel hergehen und sagen, ich hätte jetzt eigentlich da gern ein klares Possingpulver drauf oder von mir aus auch auf weiß oder auf einen hellen Karton, dann ist die Gefahr groß, dass sie, wenn sie mit einem verschmutzten Versamarkt arbeiten, dass sie da dann zum Beispiel einen Grauschleier drauf haben. Also bitte, bitte, niemals zuerst in Farbe und dann ins Versamarkt, sondern wenn, dann umgedreht. Erst Versamarkt, dann farbige Tinte. Okay. Citrin schreibt gerade, sie glaubt, dass wenn das Stempelkissen so trocken ist, fängt es an zu kleben. Nein, Citrin, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Spannend, die Bea glaubt das auch. Nein, Mädels, das glaube ich nicht. Ich glaube, da müsste man extrem viel mit dem Versamarkt in ein Stempelkissen gehen und das tut man ja normal nicht. Normalerweise macht man das bei zwei, drei, vier, von mir aus fünf Abdrücke und dann wieder Zeit nicht. Also ich glaube, dass da, also da bin ich bei der Ina, ich glaube auch, dass das von dem her kein Problem ist. Also dass man sich ein Stempelkissen verklebt, das glaube ich jetzt eher nicht, weil ja das doch sehr gut auf den Stempel haftet. Ich glaube nicht, dass da wirklich was abgeht ins Stempelkissen oder wenn, dann nur ganz minimal. Aber ja, wie gesagt, Geschmackssache. Es ist nicht unbedingt notwendig. Zum Entbossen, so gesagt. Okay, Gerlinde, ich habe es Gott sei Dank noch nie gemacht. Ja, zum Glück, Gerlinde. Okay. Die Bea schreibt gerade, sie hat ein altes, was sie nicht auffüllen möchte, da testet sie es bei Gelegenheit. Bea, machen Sie das. Testen Sie mal durch. Ich glaube wirklich nicht, dass das ein Problem ist. So, die Beatrix schreibt, wie reinige ich den Kleber vom Stempel? Ja, Beatrix. Auch dazu kommen wir jetzt dann ganz gleich, wie man das Versamark wieder runterbringt, weil das Versamark, das ist effektiv eine klebrige Tinte und da könnte man ihn auch gleich machen. Da arbeite ich sehr gerne mit Babyfeuchttüchern. Also da ziehe ich mir einfach so ein Babyfeuchttuch raus. Jetzt verschließe ich dann auch immer wieder total schön. Dann hat man den immer ziemlich lang und finde dann meistens wieder meinen Anfang nicht verlassen. Einen Moment. So. Also ich habe das schon verwendet, aber wie gesagt, ich verschließe das immer ganz, ganz schön wieder, damit wir das ja nicht austrocknen, weil ich brauche das jetzt nicht so häufig. Und mit diesem Tuch fahre ich dann wirklich da über den Stempel drüber. Und ziehe mir mit dem den Kleber runter. Also das geht wirklich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt eine, die nicht sehr viel empost. Einfach deshalb, weil ich es eben nicht mag, wenn meine Stempel kleben. Ich finde zwar das emposten total schön, aber ich mache das jetzt eben nicht sehr viel, weil mir das meistens zu aufwendig ist. Aber das mache ich immer so, dass ich da wirklich, ja, da bin ich relativ bingerlich bei den Sachen. Und mache das wirklich so, dass ich eben da drüber fahre. Und wenn ich das gemacht habe, dann, ich habe da dann übrigens auch immer so ein Ding mit Wasser da stehen, weil ich kann das überhaupt nicht auf die Finger haben. Da war ich ganz, da war ich ganz gravutisch, sagt man bei uns in Tirol. Also das kann ich einfach total nicht aushalten. Und ich habe auch immer ein Geschirrhängerl da, zum Abtrocknen. Geht gar nicht anders. Und dann fahre ich mit dem rein in mein lila Tuch. Mit dem nehme ich so quasi jetzt das runter von dem Babyfeuchttuch. Und dann gehe ich ganz zum Schluss in meine Schubkiste, sprühe mir da ein bisschen Stempelreinigungs-Ding rein. Und das wiederum pflegt mir jetzt meinen Stempel ein bisschen rück. Und dann geht das da rein. Und dann passt das in der Regel sehr, sehr gut. Manchmal hängen sich da dann noch so kleine Fasern ein von dem Tuch. Aber durch den Stempelreiniger funktioniert das super. Und jetzt ist der wirklich ganz, ganz, ganz super sauber gereinigt. Also da klebt jetzt nichts mehr. Der ist wirklich ganz, ganz super. Also das funktioniert spitze. Kerstin schreibt gerade Feuchttücher ohne Öl. Ja, ohne Öl empfehle ich prinzipiell auch immer. Aber wie gesagt, ich verwende das immer ganz, 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 ganz selten. Von daher. Und ich reinige da noch total gut mit dem lila Schwamm und dann noch ins Reinigungskissen. Also bei mir wäre auch kein Öl mehr drauf, selbst wenn ein bisschen Öl in dem Tuch drin ist. Ich nehme halt immer so eine Sensitive-Geschichte, weil da kein Parfum drin ist. Das finde ich ganz wichtig. Und wie gesagt, ich verwende das relativ wenig. Boah, das ist ja aufwendig. Ja, Gerlinde. Wenn man seine Stempel wirklich pflegen will, dann ist das aufwendig. Das ist einfach so. Andere, also ich habe auch Stempel-Mädels, auch bei mir im Team, die von einfach nur in die Schubbkiste und fertig. Das ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, da bin ich vielleicht jetzt, was soll man denn sagen? Die Ine sagt immer, der Monk. Da sitzt mir der Monk im Nacken. Das ist so. Ich muss meine Stempel sauber haben. Also ich bin jetzt weniger empfindlich bei Rottönen, aber bei Kleber oder auch bei Flüsterweiß, da bin ich ganz heikel. Und jetzt kommen wir eben schon zu meinem nächsten Thema, also Flüsterweiß-Stempeln. Das ist jetzt nur das letzte Sonderstempelkissen, was wir haben sozusagen. Also Versamark haben wir besprochen. Und mit dem Flüsterweiß-Stempelkissen, da finde ich immer ganz schön, dass man einfach so super schöne Hintergründe gestalten kann. Flüsterweiß ist eine Pigment-Dinte. Das heißt, wenn man da drauf fährt, dann ist das im ersten Moment so relativ weiß. Man sollte immer einen kleinen Moment warten, dass es auch angenommen wird. Meins könnte noch ein bisschen Farbe jetzt noch vertragen, aber man sieht es trotzdem schon. Also ein bisschen mehr Farbe könnte es vertragen, dass es ein bisschen dichter ist. Und beim Flüsterweiß ist es so, am Anfang ist es sehr schön weiß. Jetzt dauert es aber ungefähr zehn Minuten, bis es wirklich richtig trocken ist. Und je mehr das trocken wird, desto mehr gleicht es sich dem Untergrundkarton an. Das heißt, das werden wir uns am Ende des heutigen Stempelns nochmal anschauen. Dann werden wir im Vergleich zu jetzt sehen, dass es um einen Ton heller wird. Aber es ist wirklich total schön. Okay. Also Flüsterweiß ist total super für so Hintergrundgeschichten. Mag ich es total gern. Ganz im Moment ist Flüsterweiß allerdings nicht bestellbar. Das ist im Moment vergriffen, kommt aber wieder. Und auch beim Flüsterweiß reinige ich mit dem Babyfeuchttuch, weil da haben wir eigentlich dasselbe Problem. So Pigmenttinten hängen sich natürlich ganz extrem ein. Und ich will jetzt das weiße Pigment auf gar keinen Fall in meiner Schubkiste drinnen haben. Also da bin ich auch bingelig. Das will ich echt absolut gar nicht. Von daher verwende ich immer Feuchttuch. Und wenn ich mit dem Feuchttuch fertig bin, dann muss ich einmal schnell in meine Wasserkiste oder meinen Wassereiner. Und dann geht es damit in meinen lila Schwamm. Auch da nehme ich das wieder runter. Ups, das ist ja. Und von da aus nochmal in die Schubkiste. Und dann ist auch das Flüsterweiß wieder ganz, ganz sauber heraßen. Und der Stempel wieder ganz schön sauber. Schaut ganz gut aus. Keine Flüsterweißreste mehr. Okay, und wenn dann so leichte Fasern drinnen sind, das ist eben von dieser, von die Feuchttücher, die zupfe ich mir dann einfach raus. Aber man sieht schon, das Licht scheint jetzt da sehr hell drauf, deswegen schau es jetzt da fast weiß aus. Ist es aber nicht. Es ist da kein Weiß drinnen. Ich krippe es einmal ein bisschen. Man kann es leider nicht so gut sehen, weil es einfach so spürgelt. Kein Flüsterweiß im Kissen. Das ist mir am Allerwichtigsten. Okay. Citrin schreibt gerade, könnte ich das weiß auch unter fließendem Wasser reinigen? Citrin ja mit einer Bürste, mit einem Nagelbürstteil zum Beispiel, mit einem weichen. Und ein bisschen Spüli. Nur mit fließendem Wasser werden Sie es nicht wirklich runterbringen. Sie brauchen irgendeinen Reiniger auf jeden Fall dazu. Ja, genau. Kerstin schreibt auch nur, unter Wasser halten reicht nicht. Nein, reicht auf gar keinen Fall. Also da halten sich die weißen Pigmente einfach zu sehr ein. Okay. Die Galinde schreibt gerade, ihr weiß ist nach dem Trockenen verschwunden. Galinde, dann ist wahrscheinlich das Flüsterweiß ein bisschen zu wenig gefüllt. Da müssen Sie es einmal ein bisschen nachfüllen, dass es satter ist im Abdruck. Also man sieht schon, bei mir ist es jetzt fast trocken. Es dauert noch ein kleines bisschen, aber so wie da jetzt, viel wird sich von der Farbe nicht mehr tun. So in etwa bleibt das jetzt schon bestehen. Und das gehört aber bei mir, gehört es aber aufgefüllt. Also meins ist es ein bisschen zu wenig gefüllt. Okay. Veronika Gaber schreibt, sie hat einen Stempelreiniger Noname. Geht super. Es gibt natürlich diverse Stempelreiniger. Gar keine Frage. Ist auch da wieder ein bisschen Geschmackssache. Ich mag unseren Stempelreiniger von Stampin' Up total gern, weil ich da einfach weiß, dass ein rückpflegendes Mittel drinnen ist, was mir meine Gummistempel speziell rückpflegt. Und das finde ich super wichtig, weil gerade bei den Gummistempeln merkt man, dass wenn die gut gepflegt ist, dass sie einfach viel, viel länger schön bleiben und viel länger brauchen, bis sie porös werden. Irgendwann werden die Gummistempel auch von Stampin' Up irgendwann trockener werden und es können leichte Risse entstehen. Aber es dauert wesentlich länger, wenn sie einen guten Reiniger verwenden. Okay. Gut. Was haben wir denn als nächstes? Genau. Kerstin schreibt auch gerade, die Stempel sind teuer, warum pflege ich sie? Finde ich auch. Und ich muss dazu sagen, man kommt mit so einem Stempelreiniger, den gibt es ja in so klein gar nicht mehr, wie ich es da habe. Die kommen ja jetzt in große Flaschen. Und da kommt man ewig aus, wirklich, also da kommt man wirklich, wirklich, wirklich lang aus. Speziell, wenn ihr in Kombination mit dem lila Tuch arbeitet. Und das würde ich wirklich empfehlen, das lila Tuch, weil man damit viel, viel länger Stempel reinigen kann und die Schrubbkiste viel länger sauber bleibt. Man braucht sich die Prozedur des Schrubbkisten reinigen und einfach viel später erst antun. Also das Schrubbkiste auswaschen ist echt ein bisschen ein Akt, zumindest bei mir. Aber auch das werden wir heute noch machen. Also das schauen wir uns heute auch noch an. Und der lila Schwamm, das würde ich auch noch sagen, der ist ja in Natur doppelt so groß. Also ich teile ja meinen immer. Der ist eigentlich so groß. Und wenn der ganz trocken ist, dann schaut der so aus. Also übrigens, das geht nicht mehr raus. Aber der wählt sich richtig. Der wird auch ziemlich hart. Also der ist bockhart. Da kann man jetzt nichts zusammendrücken oder so. Und wird aber trotzdem dann durchs Reinlegen ins Wasser wird der wieder ganz, ganz weich. Wird auch eine Spur dunkler und lässt sich super bewegen und eben reinigt die Stempel echt tippitoppi. Also ich liebe, liebe, liebe dieses Style. Die Renate Gertig schreibt gerade, was ist das lila Tuch? Was das ganz genau ist? Renate, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber das gibt es bei Stempel Up. Kostet, ich weiß es nicht mehr, ich glaube rund um die 11 Euro oder so. Nicht wirklich viel. Und funktioniert super. Also das kann ich wirklich nur von ganz wärmstens empfehlen, weil das einfach total mega ist. Jetzt schauen wir da gerade mal schnell in den Katalog rein. Und da werden wir das gleich finden, das lila Reinigungsduch. Genau. Das heißt, Reinigungsprofi kostet 9,75. Das ist aber echt, also ist spitze. Mädels, der Reinigungsprofi ist für mich ein absolutes Must-Have. Wirklich. Ganz, 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 ganz zu empfehlen. Ja, okay. Das ist also das. Wir haben die ganzen Tinten jetzt einmal durch. Und bevor wir jetzt beginnen mit unserer Reinigen-Geschichte, kann man das durchreinigen. Scheinbar kann man es auch einmal in die Waschmaschine geben, wenn man will. Das wird richtig nass gemacht, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe ja immer so ein kleines Eimerl mit Wasser da. Und ich habe jetzt vorhin schon meine blauen Stempel gereinigt, deswegen wird jetzt das Trinkler, das Wasser blau werden. Aber ich lege das dann da richtig rein und dann drücke es aus. Und schaut es einmal. Sieht man da hoffentlich schon gleich, dass das Wasser da schon ziemlich bläulich ist. Sieht man das da am Rand? Also das ganze Blau eigentlich, Blaupigment von dem Stempel habe ich mir da mit dem Stempelschwarm rausgenommen. Und ich lasse meine ist dann ziemlich nass. Also wenn ich das jetzt noch ausdrucke, dann geht da noch ziemlich Wasser raus. Ich möchte es aber gar nicht so gern, sondern ich lasse mir das wirklich ziemlich tropfnass und lege mir das einfach in so einen Deckel von so einer Dose. Das ist so eine ganz billige Ikea-Dose war das. Und die Deckel, die sind total ideal, weil es da so schön reinpasst, die Hälfte. Und dann kann man da mit dem Stempel so schön hin und her ruckeln und es bleibt da schön an Ort und Stelle. Und ist total super. Also es ist einfach total mega super. Kann ich echt nur empfehlen. Wie viel Stempelreiniger kommt in die Schrubbkiste? Das ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar an und für sich, wenn ich jetzt meine Schrubbkiste verwende und ich möchte jetzt einen Stempel reinigen, dann nehme ich meinen Stempelreiniger und spritze einfach zwei, drei Mal so rein. Einfach so rein pflufteln so ein bisschen. Dann nehme ich meinen Stempel vor hin und her. Sieht man eh schon, wenn ein bisschen mehr drinnen ist, dann wird es also ein bisschen schaumig. Das ist ganz normal. Auch der Stempel ist dann ein bisschen schaumig. Das sieht man glaube ich da jetzt auch ganz gut. Das ist vollkommen normal. Soll auch so sein. Und dann fahre ich in die trockene Seite. Bei der trockenen Seite ist übrigens da in der Ecke so eine kleine Sonne. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe meins einfach mit einem gelben Nagellack rundum gefahren, dass man auf den ersten Blick sieht, auch gelb Sonne, Sonnenseite, trockene Seite. Und auf der nassen Seite, die habe ich so lassen, wie sie ist, da sind da so Regentropfen drinnen. Der kleine. Sieht man glaube ich jetzt auch ganz gut. Also es ist wirklich nur auf diese zwei kleinen Seiten markiert. Einmal mit den Regentropfen für nasse Seite, einmal mit der Sonne für trockene Seite. Und man sollte den Stempelreiniger dann auch wirklich nur auf die nasse Seite sprühen. Und wenn sie den dann zumachen, dann bleibt diese nasse Seite auch eine Zeit lang feucht. Das heißt, sie brauchen nicht jedes Mal Stempelreiniger reinsprühen. erst wieder, wenn sie merken, es geht jetzt nicht mehr so gut, man kann nicht mehr so schön hin und her ruppeln, sondern es bremst so ein bisschen, dann sprühe ich wieder ein bisschen an Reinigereien. Die Karstin fragt gerade, mache ich die Schrubbkiste zu, schimmelt es nicht? Nein, Karstin, das schimmelt nicht, weil die nicht luftdicht abschließt. Das heißt, das wird wirklich definitiv trocken. Also da passiert wirklich gar nichts. Das schimmelt nicht die Bohnen. Ich habe meins jetzt schon über fünf Jahre. Also das ist wirklich eine ganz alte Schrubbkiste, weil das war aus meiner allerersten Bestellung. Und das funktioniert und das kauft man einmal. Und vielleicht irgendwann noch ein zweites, weil es total fein ist, wenn man zwei hat. Aber das ist etwas, das hat man ewig. Und ein Hauch feinen Sprühnebel. Ganz genau, Bea. Braucht man wirklich nur ganz, ganz wenig. Und mein Tipp ist auch immer, füllt euch einen Stempelreiniger in eine kleinere Flasche um. Ihr könnt es halb auffüllen und die restliche Hälfte mit Wasser. Das ist so konzentriert, dass man wirklich das ruhig zur Hälfte mit Wasser auffüllen kann. Es funktioniert immer noch super, ist immer noch rückpflegend, reicht leicht. Aber bitte nicht mehr. Also nicht allein Viertel reinfüllen und den Rest mit Wasser, das wäre zu wenig. Also halb voll soll es schon sein. Aber das funktioniert total gut. Die Anna Winter schreibt gerade, ihre Schrubbkiste ist neun Jahre alt und immer noch gut. Eben, ich sage ja. Also das sind so Dinge, da kann man gar nichts verkehrt machen. Und mit so einem Stempelreiniger, also ich arbeite echt viel und ich verwende total viel, ich stempel viel, ich habe einfach total viel damit zu tun. Aber ich komme mit so einem Flaschen, und das ist jetzt das Kleine, mit 60 Milliliter, ich komme mit so einem Flaschen sicher über, ich würde mal sagen, vier Monate sicher aus. Also wirklich, wirklich, wirklich lang. Ganz, ganz lang. Also keine Sorge, dass da Unmengen in Reinigung aufgeht. Da könnt ihr euch echt einen guten Reiniger leisten. Man braucht ganz wenig. Okay. Schön. Dann, gibt es dazu noch Fragen? Jetzt muss ich mal schnell schauen. Gut. Stempel, Schrubbkiste eben, wie gesagt, das schauen wir uns noch an, die werden wir noch gemeinsam reinigen. Geht dieser Reiniger auch bei Stason? Nein, geht nicht, Renate. Stason, das gibt es extra, den Stason-Reiniger. Also der Stempelreiniger, der ist wirklich nur für die wasserlöslichen Tinten. Da geht der super. Aber für Stason geht er nicht. Da braucht es wirklich den Stason-Reiniger. Übrigens, das ist jetzt ein ganz neuer Stason-Reiniger. Wenn er kommt, dann schaut das so aus. Da ist da oben so ein Filz-Schwammerl. Da ist das jetzt noch ganz schön hell. Aber bereits nach dem ersten Mal verwenden, das werdet ihr jetzt heute sehen, anhand dieses Stempels, wird das dann grau. Und das bleibt dann auch so grau. Das macht aber nichts. Das könnt ihr einfach so lassen. Das ist praktisch ein integriertes Schwammerl. Und man sieht da in der Mitte so wie eine Art leichtes Kreuz. Ich glaube, das kann man ganz schön erkennen. Und durch das leichte Antippen da drauf, kommt über das Kreuz ein bisschen Reiniger in diese Schwammerl rein. Und mit dem wird das aufgetupft sozusagen. Aber, wie gesagt, das machen wir noch. Aber das machen wir beim Waschbecken, weil da bin ich immer dann gerne gleich einmal mit dem Wasser dran. Und da, das machen wir nachher. Okay, in der Zeit, gibt es noch Fragen zu den Sondertinten? Also ganz egal, ob der Sonax, Memento, Stason, Flüster weiß, gibt es da noch irgendeine Frage dazu? Okay. Momentan ganz ruhig im Chat. Damit gehe ich mal davon aus keine Fragen mehr. Gut. Der ist jetzt schon sehen sauber. Den brauchen wir noch gar nicht mehr mitnehmen. Den müssen wir noch mitnehmen. Machen wir noch mit Stason. Gut, die Dari hatte noch eine Frage. Die Ute sagt immer, sie gibt uns das und reinige auf ein Tuch. Ute, den Zwischenstritt mit dem Tuch, den spare ich mir. Kann man aber natürlich machen. Okay, die Dari hat für ihr Momento-Stempelkissen einen Nachfüller gekauft. Ja, gibt es natürlich. Schaut so aus. Stabiger Bruder bei mir. Okay. Jetzt warten wir gerade noch auf die Frage von der Dari. Wie viel gibt man von dem Nachfüller ins Kissen? Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie trocken das Kissen ist. Prinzipiell, und ich kann es bei meinem gerne ein bisschen machen, weil das vertrockte ich ein bisschen, Tinte. Prinzipiell ist es so, dass ich ganz gern mit der Tinte einmal so rundum fahre, so wie ich es jetzt gezeigt habe. Dann nehme ich mir ganz gerne eine alte Kundenkarte und mit dieser alten Kundenkarte ziehe ich es ein bisschen übers Stempelkissen drüber. Sieht man jetzt schon? Zieht man ein bisschen schwarz drauf und mit dem das einfach zwei, drei Mal wiederholen, weil mit dem verstreicht man so ein bisschen die Farbe da drinnen und den Teil kann man jetzt wieder ganz super reinfahren in unser lila Reinigungstuch, weil die ist ja wasserlöslich. Dann hat man die Kundenkarte gleich wieder sauber. Kann die für das nächste Stempelkissen auch gebrauchen und dann einfach einmal probieren mit dem Stempelabdruck, ob denn das jetzt schon wieder schöner geht, ob es schon wieder schön stempelt. Bei mir schaut es ganz gut aus, schon wieder schön feucht. Und wenn man jetzt abstempelt, dann sieht man schon, hat man schon einen relativ schönen Stempelabdruck. Probieren wir gleich nochmal. Ja, ich würde sagen, so passt es gut und wenn das Ergebnis so ist, wie da, dann würde ich es lassen und wenn das Ergebnis aber so ist, wie da, wo es jetzt einfach noch nicht schön abgedrückt ist, also auch wenn man jetzt ein paar Mal hin und her fährt, dann würde ich nochmal quer vielleicht zur Runde drüber fahren. Okay. Okay. Wie viel Kretis haben wir? Oh, so viel? Ja, so viel auf jeden Fall, Dari. Das braucht schon ein bisschen ein Reiniger, ein bisschen eine Nachfülltinte, damit es dann wieder gut geht. Das ist übrigens bei den normalen Stempelkissen auch. Also da könnt ihr auch ein bisschen eine Tinte schon reingeben. Okay. Ich gebe immer noch ein bis zwei Tropfen rein. Ja, nein, das ist natürlich zu wenig. Da kann das nicht funktionieren. Das ist ganz normal. Die Beatrix fragt, wann erkenne ich, dass das lila durchersetzt werden muss? Beatrix, ich glaube, das braucht man ganz lange nicht ersetzen. so wie bei meinem jetzt, jetzt ist da das Schwarz drinnen, oder? Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich möchte jetzt gern das ein bisschen rauswaschen, dann drücke ich es einfach ein bisschen durch und das mache ich halt dann unter fließend Wasser auch. Aber ich habe jetzt noch kein einziges meiner lila Tücher entsorgt. Die gehen ja trotzdem noch. Klar bleibt das da drinnen. Das bleibt jetzt so verfärbt. Aber das geht nicht mehr ab. Wissen Sie, wie ich meine, das reinigt die Stempel dann trotzdem noch. Also die überschüssige Farbe geht raus und der Rest bleibt einfach drinnen und das macht aber nichts. Das hat jetzt einfach das Lila verfärbt. Aber es schadet meine Stempel nicht. Es geht nicht mehr ab, wie man sieht. Also es bleibt trotzdem total schön sauber und nimmt trotzdem noch den Schmutz von meinen Stempel runter. Also wie gesagt, ich habe jetzt meine lila Tücher seit, ich würde einmal sagen, zwei Jahren. Funktionieren alle noch super. Okay. Gut, die Gisela schreibt, es gab mal Glitzerstempelkissen Delicata, wie reinige ich die? Gisela, die würde ich ganz gleich reinigen, wie das Flüsterweiß. Also mit Babyduch, danach rein in den lila Schwamm und danach in die Schubkiste. Weil das ist im Prinzip nichts anderes. die Delicata Stempelkissen sind auch eine Art Pigmentstempelkissen. Eigentlich ziemlich ähnlich dem Flüsterweiß, nur eben eine andere Farbe. Aber ich würde auf gar keinen Fall mit den Delicata arbeiten und direkt in die Schubkiste, weil dann haben sie die ganzen Glitzerpigmente in der Schubkiste drinnen. Das ist total fad. Das würde ich nicht machen. Okay. Dann. die Filia auch eine spannende Frage. Bei dem neuen weißen Stempelkissen fülle ich das mit dem kompletten Auffüllfläschchen. Nein, Filia. Da braucht man auf keinen Fall das ganze Fläschchen. Ich würde sagen, ein Drittel ungefähr sollte reichen. So in etwa. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Die ist nämlich sehr zäh. Also die weiße Stempelfarbe schaut so aus. Und das kann ich euch auch kurz zeigen, weil wir haben ja gerade vorher festgestellt, dass mein weißes Stempelkissen auch ein bisschen Farbe vertragen würde. Damit nützen wir das gleich. Und dann zeige ich euch das jetzt gleich. Und zwar schüttle ich das gerade ein bisschen runter, weil die ist wirklich sehr, sehr zäh. Also die ist richtig zähflüssig, die gute. Und da braucht es wirklich ein bisschen Kraft. Und ich muss mal richtig raus drücken. Ihr seht schon, das ist richtig, richtig zähflüssig. Das geht auch nicht von selber gerne in das Stempelkissen rein. Das heißt, da drücke ich wirklich einmal kräftig diese Sauce da raus. und fahre da wirklich ein paar Mal so hin und her. Und dann schauen, dass man wirklich überall so ein bisschen hinkommt damit. Also die jetzt bloß nicht Tinte sparen. Das ist nichts ärgerlicher, als wenn man keinen schönen Abdruck kriegt. Und so teuer sind die Nachfülltinten nicht. Und man kriegt sie zum Glück. Bei anderen Firmen kriegt man nicht einmal einen Nachfüller. Da muss immer ein neues Stempelkissen kaufen. Was in unserer heutigen Wegwerfgesellschaft überhaupt keine gute Idee ist. Okay. So. Dann kommt wieder die Kundenkarte in Einsatz. Also ihr seht schon, ich habe da jetzt echt ziemlich was draufgedrückt. Schön langsam sickert das natürlich rein. Aber es steht auch dort und da noch ist es einfach eine zähflüssige Sache. Und dann fahre ich auch da einfach einmal drüber und nehme das noch und schmier das noch ein bisschen rein. Einfach so ein bisschen in das Kissen rein drücken. Und ihr seht es jetzt schon durch das rein drücken wird das jetzt auch ziemlich gleichmäßig. Also das verliert dann die Fäden, sage ich jetzt einmal mal, die man vorher gesehen hat. Es wird dann schon schön. Das ganz, 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 ganz zum Rand raus. Da brauche ich das ja nicht. Das reicht mir ja so. Und das wird jetzt natürlich mit dem Babyreinigungstuch abgenommen. Ist eh klar, oder? Obwohl, dafür eigentlich noch das nicht mehr. Das reicht noch leicht. Das funktioniert auch noch. Und da sieht man jetzt schon, wie das verschmiert, oder? Die weiße Pigmenttinte, die ist echt, also das möchte ich auf gar keinen Fall irgendwo anders drinnen haben, als in dem Babyfeuchtuch da. So. Und auch da fahre ich jetzt damit das allererstes wieder da drauf. Ihr seht schon, da bin ich mal direkt reingefahren mit dem weißen Stempelkissen. Das bleibt dann auch so. So. Okay. Und damit ist das weiß jetzt eigentlich aufgefüllt. Und wir können uns das sehr gerne auch nochmal anschauen. Sollte das eigentlich schöner gehen. Dann probieren wir mal. Nehmen wir mal auf, die Tinte. Aufdrücken, etwas warten. Genau. Und jetzt siehst du, jetzt ist vieler schönerer, satterer Stempelabdruck als vorher. Bin ich ständig nicht in der Kamera, weil ich das Handy anders eingespannt habe. Aber so sieht man es jetzt glaube ich ganz schön. Also da ist einfach der Abdruck wirklich schwächer. In der Natur sieht man es super. Und auch das lassen wir jetzt zeittrocknen und dann wird es immer noch sehen, dass natürlich der frisch gefärbte Abdruck natürlich viel schöner und satter bleibt als der. Und da war ich dann wieder ganz am Anfang bei, wer hat das gesagt, ich glaube die Gerlinde, oder? Ich glaube die Gerlinde war es, die gesagt hat, bei ihr verschwindet das immer total. Da sieht man jetzt ganz schön, das verschwindet nicht. Wenn es gut gefüllt ist, dann bleibt das schon stehen. Okay, gut. Ja, die ist wirklich zäh. Also das geht ein bisschen hart mit dem Pigment, also mit der Flüsterweiss. Aber die ist halt einfach, also die Flüsterweiss ist schon total lässig. Das tut man schon total. Ja, schneiden, falzen, kleben, schreibt gerade wunderschön. Ich glaube ich muss es doch einmal verwenden. Auf jeden Fall. Also Flüsterweiss das macht so schöne Hintergründe und jetzt gerade Richtung Weihnachten ist das total bärig. Also wirklich ganz, ganz, ganz super für Kartenhintergründe und so und auch so Packungen total schön. Okay. Herr Linde schreibt gerade nachher muss ich nochmal nachfüllen. Ja, Herr Linde, nochmal nachfüllen, probieren und schauen, ob es dann besser geht. Und ansonsten nochmal melden. Dann schauen wir uns das gemeinsam nochmal an. So, wenn wir nochmal ein bisschen Reiniger reinsprühen. Gut. und wieder tippitoppi sauber. So mag ich das. Okay. Dann gibt es noch Fragen. Ich bin ja ganz begeistert. Was du heute für viele Fragen stellst. Das finde ich super. Okay. Noch zu wenig drin. Ton okay, das finde ich auch ganz fein. gut. Ja, von mir gibt es auf jeden Fall ein Projekt mit weiß. Und da komme ich jetzt vielleicht zu dem, wo ich gesagt habe, ich werde euch heute erzählen, warum es morgen die letzte Online-Basteltreff vom Adventkalender gibt und nicht, wie ursprünglich geplant am Dienstag. Habe ich doch versprochen. Und das erzähle ich jetzt gleich. Und zwar haben meine Wunderwelt Mädels und ich, wir haben uns wieder was ganz, ganz Schönes ausgedacht für euch. Und zwar Trommelwirbel, wir werden ganze 31 Tage lang jeden Tag mit euch basteln. Es gibt von mir und meine Wunderwelt Mädels 31 Tage lang jeden Tag ein neues Video und alles mit Weihnachtsprojekten. Da werden dabei sein Verpackungen, da werden dabei sein Mini-Album, da werden dabei sein schnelle Adventkalender, da werden dabei sein Weihnachtskarten. Also wir werden ganz, ganz viele Weihnachtsprojekte machen. Beginnend mit Dienstag, also am Dienstag ist der erste Tag und das geht dann fast, also bis fast ganz am Ende vom November. Also wir werden ganz, ganz, ganz mega viele schöne Sachen machen und ganz genau erzähle ich es dann am Dienstag, ich erzähle dann am Dienstag wer alle dabei ist, aber es wird mega, mega, mega schön. Also es wird eine ganz lässige Aktion für unsere Mädels, 31 Tage werden wir basteln, was das Zeug hält und wir freuen uns schon, gell Carina und Bea, die zwei sind nämlich dabei, die Bea und die Carina sind mit an Bord und werden super schöne Projekte zeigen, ich freue mich riesig. Es wird echt ein Knaller, Mädels, echt ein Knaller. Also ich mache nicht alle 31, mache nicht ich, das machen meine Mädels auch, also ihr werdet jeden Tag bei meinen Mädels und mir irgendwo was finden und ich werde es natürlich immer ankündigen, ist eh klar, es gibt dann einen Videokalender sozusagen. Okay, schön, das einmal so dazwischen drinnen. Ja, Herr Lüchte, Liane, wo bleibt meine Zeit, ich brauche dann 26 Stunden, da gerne Liane, den bräuchte ich auch öfters. Ja, meine Wunderwelt-Mädels sind wirklich super, Eva-Maria, das stimmt, die sind ein Knaller und ich komme immer mit irgendwelchen Ideen um die Ecke und sie sind immer live dabei, ich habe so eine Freude, meine Mädels sind einfach spät. Schön. Ja, die kann man alle auch später anschauen, die bleiben alle bestehen, Ute, keine Panik. Okay, gut, so, Flüsterweiß ist jetzt trocken und jetzt sieht sehr, sehr schön, wenn das richtig gefüllt ist, dann ist das ganz, ganz, ganz mega und wieder bin ich außerhalb vom Bild, es tut mir leid, entschuldigt bitte. Ich versuche mal näher zu kommen, ohne dass ich wieder rausrutsche. Schön, oder? Also das Flüsterweiß ist echt ein Knaller und man sieht jetzt auch das Versamark könnte man ein bisschen auffüllen, fällt mir gerade auf, aber auch das wird ganz, ganz schön, wenn es so getrocknet ist. Das ist jetzt auch nicht mehr klebrig, also das verliert die Klebrigkeit und hat trotzdem so einen schönen, so einen schönen Effekt. Da sieht man es jetzt schön, so ein richtiger Wassereffekt. Ja, gut, also auch die Sondertinten haben ihre Berechtigung und ihren Sinn. Dann würde ich sagen, ja, meine Beiträge sind live, auf jeden Fall. Ja, Kleber lässt sich auch super glatt streichen mit so alten Kundenkarten, das auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt das Stempel rein, na, bevor wir jetzt reinigen gehen, wollen wir noch schnell schauen, wie man Winkaufs Teller auffüllt, richtig? Auch das wolltet ihr ja gerne noch sehen. Und dazu habe ich jetzt einen alten Winkaufs Teller, der ziemlich leer ist. Und da ist das Wichtige, man braucht zum Auffüllen vom Winkaufs Teller diese Glitzerfarbe, und zwar Champagner. Ich zeige euch schnell, wo das ist im Katalog, damit ihr das auch findet. Gucken wir mal schnell, wo das umgeht. Und zwar, muss das da eigentlich eh ziemlich in der Nähe sein. Einen kleinen Moment, da noch ein bisschen was. Und zwar ist das auf der Seite 146, und das findet ihr da oben, da sind sie abgebildet, und zwar einmal in weiß und einmal in diesem Champagnerton. Und der Champagnerton ist der, den wir brauchen. Und zu finden ist es dann effektiv auf der Seite 147 und zwar gleich da daneben, das Ding heißt Glanzfarbe, wie gesagt, gibt es in Frostweiß und in Champagnernebel, und kostet 9,75 Euro, das Flascherl. Mutet jetzt auf das erste relativ viel an. Aber, wenn ich euch sage, ich habe jetzt das Flascherl, wie viel ist da drinnen? Keine Ahnung, steht da drauf. Wie viel haben wir? 15 Milliliter. Ich habe das Flascherl jetzt sicher schon seit zwei Jahren. Und ich habe, ihr wisst, Winkostella ist bei mir bei fast jedem Projekt drauf. Also das verwende ich ganz, ganz, ganz viel. Also auch das ist sehr, sehr ergiebig und ein absolutes, absolutes Must-Have für unseren Winkostella zum Auffüllen. Also, Winkostella aufdrehen und jetzt seht ihr, ja, da ist so eine schwarze Kuppel, die da drauf ist, so ein schwarzer Stift. Jetzt könnte man da natürlich nicht wirklich gut reinfüllen, weil das wäre ja ein totales Theater. Das heißt, nehmt ihr euch einfach irgendeine Pinsette, Spitze, dann kann man da dazwischen so reinfahren und so lässt sich dieser ganze Stift da herausnehmen. Und jetzt sieht man auch schon schön, dass ich das schon mal aufgefüllt gehabt habe mit dem Champagner. Das glitzert da schon ganz kräftig. Da ist echt fast nichts mehr drinnen. Und jetzt legen wir das gerade einmal schnell da drauf, auf unsere und dann nehme ich die Farbe und schüttel die ein bisschen und dann, ja, Eva, da nehmen die meisten immer einen Pinsel, weil das ist so cool für Winkaufsteller. Und jetzt fülle ich das einfach da rein. Also das geht ganz gut, dass man das da rein schüttet sozusagen und da fülle ich ein, ihr seht schon, ich muss gerade einmal versuchen, da einmal höher zu kommen, so dass ihr das gut seht. Also man kann das da echt ziemlich gut darüber schütten sozusagen. Das fließt da schön rein und dann fülle ich das auf, das halte ich dann wieder ein bisschen gegen das Licht, so dass ich das auch sehen kann. Jetzt gerade ein Moment. Okay, bei mir ist das jetzt bei mir ist das jetzt aufgefüllt bis ungefähr da her. Da ist also ein Schriftzug drauf und ich fülle es wirklich rauf bis zum, ja, bis zum A oder zum M, also bis fast ganz rauf von dem Schriftzug. Und dann fülle ich den Rest bis ungefähr da her, also bis da, wo es ein bisschen breiter wird, ungefähr mit Wasser auf. Das machen wir jetzt gleich drüben, weil wir ja sowieso zum Wasserhangen gehen und dann füllt man den Stupsel wieder rein, schraubt das Ding wieder zusammen und fertig. Das war's. Das ist total cool. Und dasselbe geht natürlich mit dem Frostweiss auch, aber das Frostweiss, das glitzert nicht so viel wie der Champagnernebel. Also der Champagnernebel, der ist wirklich dem Original Winkosteller sehr, sehr, sehr ähnlich. Und der glitzert eigentlich noch ein bisschen toller. Also der ist ganz, ganz super. Aber nicht sparen. Ihr müsst es wirklich weit rauf auffüllen und nur relativ wenig Wasser dazu. Und zwar wirklich Wasser, nicht Alkohol. Manche füllen Alkohol dazu, ist zwar auch für das eine oder andere cool, aber sobald ich Alkohol dazu tue, kann ich nicht mehr mit unseren Farben so gut vermahlen. Und das Schöne ist ja, dass ich mit dem Winkosteller ja so schön vermahlen kann, nicht? Unsere Stempelabdrücke. So wie bei der bei der Karte den Effekt, dass ich da das ein bisschen vermahlen kann und das dann viel blauer wird oder bläulicher, das habe ich ja nur deshalb, weil im Winkosteller Wasser drinnen ist, weil man da die Farbe anlöst. Würde ich da jetzt einen Alkohol reingeben, würde er mir diese wasserlösliche Tinte nicht mehr anfärben. Das heißt, Wasser rein. Dann funktioniert auch super. Okay, und wer möchte, kann sich natürlich auch ein bisschen von dem Frost, von dem Champagnernebel ein bisschen da reinfüllen und mit ein bisschen Alkohol auffüllen, aber da dann schauen, dass ihr einen 96-prozentigen Alkohol habt. Und dann kann man das total super über ein Projekt drüber sprühen. Dann hat man wirklich gleichmäßig so einen Nebel drüber. Auch super. Werden wir jetzt bei einem von meinen Weihnachtsprojekten mal machen, da zeige ich euch das in die 31 Tage. Gut, hat jemand noch eine Frage zum Auffüllen vom Wink auf Stella? Die Bea schreibt gerade oder eine mit Alkohol und eine mit Wasser füllen. Ja, Bea könnte man, allerdings macht es für mich persönlich mit Alkohol echt keinen Sinn. Ich wüsste nicht, für was das gut sein sollte. Die Rena hat für das Flaschal, ich schätze mal für einen Stempel Spritzer auch Wasser genommen. Ja, Rena funktioniert auch, aber in dem Moment, wo ich flächig über ein Projekt drüber sprühe und ich nehme einen Alkohol, dann wählt mir das Papier nicht so. Weil der Alkohol weniger, wie soll ich sagen, der verdunstet viel schneller, der macht das Papier nicht so nass, nicht so feucht. Und ich habe noch den Vorteil, ich kann auch vorher zum Beispiel was stempeln und dann über das Gestempelte drüber sprühen, wenn Alkohol drin ist, weil mir dann die Tinte nicht verläuft. In dem Moment, wo ich vorher stempel und aber mit Wasser auffülle und da dann drüber sprühe, drüber pflüfftel, dann würde mir die Tinte auslaufen. Ja, die Rena schreibt gerade, wenn sie das macht, wählt ihr Papier nicht. Okay, dann habe ich vielleicht mehr verwendet als sie. Bei mir hat sie das total gewählt. Okay, sie hat dann schon Gesso drauf. Das verwende ich leider gar nicht drinnen. Da fehlt mir jede Erfahrung. Gut, gibt es zum Auffüllen vom Winkaufsteller sonst noch eine Frage? Oder ist soweit alles klar? Siehst du, die Rena nimmt auch Alkohol. Ja, ich finde auch, also zum Sprühen würde ich Alkohol nehmen, mit Pinsel würde ich immer Wasser nehmen. Aber Geschmackssache, ihr könnt das machen, wie ihr das wollt, klarerweise. Schön, okay. Dann glaube ich, sind da von Apotheken meines Vertrauens. Ja, ich auch. Okay, dann würde ich sagen, ist da alles klar. Dann gehen wir jetzt zum Wasserhahn. Jetzt wird es ein bisschen ruckelig, weil jetzt werde ich euch mitnehmen, mit unserem Reinigungsding und mit Stason und mit dem. Und wir nehmen auch noch den Winkaufsteller mit. Den bauen wir dann noch gemeinsam zusammen. Was ihr das einmal gesehen habt als Ganzes. Wir wollen da ja nichts auslassen. Okay, und so versuche ich euch jetzt drüber mitzunehmen zu meinem Wasserhahn. Also, jetzt wird es ein bisschen nöckeln, Mädels. Es wird ein bisschen ruckelig. Mal raus da. Und dann wird es jetzt wahrscheinlich ganz schräg für euch zum Schauen, aber ich versuche jetzt da das Ganze so um zu transportieren, ohne dass mir da was runterrutscht. einmal rüber in die Küche. So. Okay. Jetzt werde ich einmal da verklemmen. Wenn ich das sehen würde, jetzt wie das jetzt ausschaut, total cool. Ich hoffe, ihr knallt es mir da jetzt nicht runter. Okay. So. Also, Spüle, eh klar, oder? Jetzt werden wir da ein bisschen kaltes Wasser einschalten und einmal als erstes den Stift auffüllen. Das war jetzt schon ein bisschen viel. Mein Wasser geht jetzt bis da auf. Aber ich muss ein kleines bisschen Wasser auslernen, weil sonst drückt es mir das raus. Das wäre ja blöde, wenn das übergeht. Übrigens, das wird dann so ein bisschen milchig, aber das macht nichts. Ganz bisschen dazu ungefähr bis zu dem Haar von dem Busch. Also bis da her. Ich hoffe mal, es drückt mir jetzt kein Wasser mehr raus, weil der verdrängt natürlich ein bisschen Wasser, der Stab. Dann drücken wir da jetzt rein. Ne, hat gepasst. Also bis zum Haar könnt ihr das ohne Probleme auffüllen mit Wasser. Und jetzt, seht ihr, jetzt habe ich den einfach zugemacht, also reingedrückt wieder, jetzt machen wir den wieder zu, Deckel drauf und jetzt ist natürlich mal wichtig, gut schütteln, damit sich das Wasser mit dem Wink of Stella gut verbindet, also mit dem Glitzernebel Zeugs. Und jetzt kann man schon ein bisschen Krüchenrolle verwenden. Und einmal ein bisschen in die Spitze reindrücken. Und das ist dann ein bisschen milchig, also milchiger als beim Original Wink of Stella, aber das macht nichts. Ihr seht schon, das glitzert da ganz kräftig. Und wenn ich jetzt über den Falkarton drüber fahre, dann sieht man, ja, sieht man, siehst du, wie das glitzert. Ich meine, das ist jetzt da natürlich noch ein bisschen feucht auch, aber das glitzert volle Tolle. Also das glitzert echt, das glitzert Vollgas. Lassen wir es ein ganz kleines bisschen noch trocknen, aber so wie man es da jetzt schimmern sieht, das Helle, das ist wirklich der Glitzer. Das ist jetzt nicht mehr Nässe, sondern das ist effektiv der Glitzer. Also das ist ganz, ganz, ganz cool. Also ich liebe diese Champagnerfarbe. Die lasse ich auch nie ausgehen. Also wenn die bei mir weniger wird, dann bestelle ich immer gleich nach. Okay, schön. So, dann gehen wir zu unserem zweiten Projekt und zwar das Dessanreiniger. Ihr habt es schon gesagt, ihr macht es teilweise mit Tuch, ich nicht. Also ich tupfe einfach wirklich da drauf und jetzt sieht man schon, es wird schon viel heller. Also ich sehe es, ich sehe es wahrscheinlich noch nicht so gut, aber ich halte einmal was Weißes drunter. Da sieht man es jetzt schon schön, dass es schon heller wird und das schon ein bisschen verläuft. Und da tupfe ich einfach ein bisschen drauf, sodass das richtig nass ist. Sieht man schon, das ist jetzt dunkel, das ist das, was ich gemeint habe. Das bleibt auch so, aber das stört mich persönlich genau gar nicht. Und dann nehme ich mir noch ganz gern ein kleines Handbürstel dazu, also Fingerbürstel und bürstel da gerade ein kleines bisschen drüber, weil das ist für mich ähnlich wie die Schubkiste. Damit nehme ich mir auch das, was so ein bisschen in die Zwischenränder drinnen ist, gut mit. Zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Sieht man schon, es ist schon viel heller geworden als vorher. Und jetzt lasse ich da Wasser drüber laufen. Und so in etwa bleibt der Stempel auch. Also recht viel heller wird der nimmer. Die Verfärbung, mit der muss man leben. Man könnte jetzt nochmal mit Stason-Reiniger drüber gehen. Mich persönlich stört das aber nicht. Ich weiß, da geht jetzt nichts mehr ab. Ich weiß, der Stempel ist prinzipiell sauber. So bleibt er einfach. Also so schaut er dann aus. Und so fahre ich jetzt, nachdem ich es mit Wasser gut abgespült habe, auch nochmal in meine Schrubkiste rein. Also das mache ich wirklich immer, dass ich danach noch in die Schrubkiste reingehe. Einfach eben deswegen, weil es nochmal rückpflegend ist für den Stempel. Und so ist er jetzt fertig. Also so ist das Ding jetzt für mich gereinigt. Also ich sehe schon, das Stason-Reiniger funktioniert wirklich auch total gut. Das passt so. Hat dazu jetzt jemand noch eine Frage zum Stason-Reiniger? Genau, die Bea schreibt, das ist halt wie mit roter Farbe, das bleibt auch rosa. Ja, genau, so ein bisschen Pigment haftet sich auch einfach ein. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Genau, Beatrix, mein Gummistempel wird ganz exakt gleich gemacht. Funktioniert genau gleich. Den könnte ich noch schnell holen, den Gummistempel. Weil wir haben ja da einmal auch mit Stason, glaube ich, drauf gearbeitet, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ach, nee. Ah, nein, das war ja die wasserlösliche. Quatsch, das war die Momento. Schön. Gut. Siedchen, ich habe verschiedene Farben, ist das egal? Ja, das ist total egal. Funktioniert immer gleich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zu unserer Schrubbkiste. Und bei der Schrubbkiste ist es jetzt so, da gehen auch so die Empfehlungen ein bisschen auseinander. Ich finde immer total lustig, dass manche Demos empfehlen, sprühen Sie Reinigereien und dann unter das Wasser. Mädels, da jetzt Reinigereien sprühen, hat überhaupt keinen Sinn. Warum hat das keinen Sinn? Weil wir die ganze Zeit schon über Wochen lang nichts anderes getan haben, als wir da immer wieder Reiniger reingesprüht. Das heißt, Reiniger ist da im Moment genug drin. Keinen Stempelreiniger mehr reinsprühen, das reicht vollkommen aus, so wie es ist. Jetzt drehen wir mal den Wasserhahn auf und machen das ganze Ding wirklich mal nass. Und jetzt sieht man auch schon, dass da ein bisschen eine Suppe rauskommt. Also die sind jetzt schon auch schön farbig raus. Speziell dann am Schluss sieht man das schön. Und wenn ich da jetzt mit einer Küchenrolle reintupfe, dann ist das jetzt lustigerweise gar nicht so rosa. Ein bisschen halt. Ein bisschen rosa, eigentlich relativ wenig. Und jetzt Gretchenfrage, warum ist das bei mir so wenig rosa und bei euch wahrscheinlich volle knalle Bink? Wer kann mir das beantworten, warum das so ist? Jetzt bin ich echt gespannt. No, na. Lila durch. Genau. Das ist der Punkt, Ina. In der Stempelkiste ist einfach fast keine Dinte mehr drin. Und das macht uns natürlich das Reinigen super viel leichter, oder? Ist ja logisch. Genau. Weil ich vorher mein Lila durchnehme. Das ist genau der Punkt. und dennoch möchte ich aber das bisschen rosa auch gerne rauskriegen. Und das mache ich dann so und auch bevor ich mein Lila durch gehabt habe. Ich habe mein Lila durch auch nicht seit fünf Jahren, sondern erst seit zwei. Und da war das bei mir vorher auch knalle Bink. Und da nehme ich mir einfach einen Handbürstel und fahre mit dem Handbürstel da drinnen wirklich hin und her. Und da sieht man jetzt auch schon, das schäumt dann auch ein kleines bisschen von dem Reiniger noch. Das sieht man jetzt ganz gut. Da wirft es einfach so ein bisschen Blasen und dann nimmt man einfach, dass wirklich viel Reiniger drinnen ist. Siehst du das? Das wird richtig weiß. Und wenn man kein Lila durchverwendet, dann ist das jetzt richtig pink. Und so rüppel ich da wirklich hin und her in dieser Schubkiste. Und das mache ich aber dann auf der trockenen Seite auch. Also das mache ich wirklich auf beiden und ich fahre da wirklich in alle Richtungen und in jede Ecke. Und da bürstle ich richtig hin und her. Also das ist im Prinzip eigentlich wie wenn man einen Teppich richtig auswaschen würde. So wascht man das Ding auch richtig aus. Also richtig hin und her. Und mir hat jetzt gerade letztens eine Dame, ich weiß jetzt nicht mehr was, in einem Kommentar oder hat sie mich direkt angeschrieben, das kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern. Aber es hat eben eine der Mädels drunter geschrieben, dass bei ihr immer dann am Schluss immer noch die Küchenrolle ganz leicht rosa ist. Ah ja, das ist auch eine spannende Frage. Ich lohne auf, die komme ich gleich. Also die Dame hat mich gefragt, warum das bei ihr immer noch leicht rosa ist. Solange das leicht rosa ist, ist es noch nicht sauber. Das heißt, das Wasser, das ist bei mir jetzt auch schon total klar. Also da kommt jetzt nichts mehr her. Keine große Kunst, weil bei mir nicht viel Pigment drin ist. Es ist schon klar. Aber der Punkt ist letzten Endes der, dass das Wasser relativ schnell relativ klar rauskommt. Das heißt aber noch lange nicht, dass keine Farbe mehr drinnen ist in dem schwarzen Kissen. Das heißt, diesen Schritt des Waschens und Bürsteln, sage ich jetzt einmal, den Schritt, den wiederhole ich oft vier, fünfmal auch. Und wenn ich beim ersten Mal merke, dass mit dem Stempelreiniger, mit dem bisschen, was da noch drinnen ist, wenn ich da dann merke, dass das immer noch pinkig ist oder rosa ist, dann schalt es nicht davor zurück, einen Tropfen Brill zu verwenden oder sonst ein Spüli. Also da tropfe ich dann einen Tropfen rein und dann fahre ich mit dem da drinnen auch noch rund um. Warum nehme ich jetzt Spüli, obwohl ich vorher gesagt habe, es ist genug Reiniger drin? Ganz einfach deshalb, weil Spüli natürlich viel, viel aggressiver ist und viel lösender ist, als jetzt unser Stempelreiniger, weil der, haben wir ja schon gesagt, ist mild und rückpflegend. Das ist ein Spüli nicht. Ein Spüli trockend aus, das wissen wir alle anhand unserer Hände, die werden dann ganz trocken und rau und manchmal auch schüssig, wenn man es nicht gar so gut vertrockt. Da ist das ganz normal. Das heißt, einen Tropfen Spüli ruhig verwenden, damit kriegt es die Farbe ein bisschen besser raus. Das tut dann auch nichts, solange man danach, also das könnt ihr ruhig dann von der einen Seite in die andere rüberbürsteln, das ist dann trotzdem genug. Solange ihr danach das dann richtig gut mit Wasser ausschwemmt, so dass wirklich das ganze Spüli herausgewaschen ist, funktioniert das super. Könnt es ruhig machen, ganz ohne Probleme. Ich mache das mit meinen Kisten seit fünf Jahren und es funktioniert wirklich gut. Also keine Bange, das dürft ihr wirklich machen. Da passiert meiner Erfahrung nach wirklich nichts. Also ich weiß nicht, wie viel Spüli wir da nehmen müsste, dass da was passiert. Da müsste es schon echt ganz ganz grob sein. Und grob sind wir ja in der Regel eigentlich nicht mit unseren Sachen. Wir gehen ja mit denen schon zart um. Wir haben unsere Sachen ja gern und möchten sie ja länger haben. Ja, und so spüle ich das durch. Okay, vorher hat mich die ich glaube, ich lohne was, warum ich die Dinger da nicht rausnehme aus der Kiste. Ganz einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mir da meine Schraubkiste beziehungsweise das Vlies oder die wie sagt man den Tettich, der da drinnen ist. Ich bin da reingefahren und habe versucht, das da rauszulösen. Da sind ja leider so kleine Nopperl, die das festhalten. Kleine Nopperl sind da. Zwei an jeder Seite. Und ich habe versucht, das da rauszukriegen und habe da Pinsette genommen und habe mir dann bei einem meiner zwei Schrubkisten das Teil da am Anfang verletzt, weil ich irgendwie nicht ganz drunter reingekommen bin und dann habe ich mir das da irgendwie ein bisschen verletzt. Und da habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist das total idiotisch. Ich habe es vorher auch immer drinnen lassen und das funktioniert total gut. Also man muss das nicht herausbringen, herausquagen, weil man muss es ja effektiv irgendwie anheben, damit man es rausbringt. Das ist ja wie bei einer CD, nicht? Wenn ich das Papier aus einer CD-Hülle raus will, dann muss ich es ja auch so drunter reinfahren und raus nehmen, damit es aus den Verankerungen oder aus den Hilfsbehelfsdingen da rausbringt. Und so ist es bei der Kiste auch. Und das ist aber nicht Not, das ist ja alles hartplastig, das vertrockt ja Wasser total gut. Und das wird auch total trocken, also ich brauche es auch keine Sorge haben, dass das dahinter nass bleibt. Das wird logischerweise nass mit dem Waschen. Schon klar, das Wasser kommt dort runter auch rein, das ist klar, aber da passiert nichts, das wird trotzdem dröselt trocken. Das heißt, es dauert vielleicht zwei Tage, bis es total trocken ist, aber das macht ja nichts. Da schimmelt nichts, da passiert wirklich gar nichts. Also das könnt ihr wirklich ohne Sorge drinnen lassen. Ich mache das immer so. Liste, weil ich es einfach nicht für notwendig finde. Ja, und so wasche ich das jetzt wirklich richtig durch, also mit richtig viel Wasser, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist das ganze Brill gut rausgewaschen oder Spüle, was auch immer ihr halt verwenden wollt, das halt daheim hat es, ganz egal, irgendwann nicht viel halt. Da ist wirklich die Dosis wichtig, dass man nicht zu viel reingibt, dass man es halt auch wieder raus da wascht mir schon echt gut aus, also es fühlt sich jetzt auch nicht mehr so an, wie wenn ein Reiniger drinnen wäre. Und so lasse ich es jetzt gut ausreinen, ich streiche dann auch immer so ein bisschen an und versuche das Wasser da richtig ein bisschen auszudrücken. Ja, genau, die Rena schreibt kurz, sie stellt ihr es hinterher wie ein Buch zum Trocknen auf und das mache ich auch, ich mache das ganz gleich das heißt, ich streiche das Wasser da wirklich raus und dann, bevor ich es dann aufstelle, einmal schnell Hände trocknen, bevor ich es dann aufstelle, nehme ich mir nochmal zur Sicherheit ein bisschen Küchenrolle, das nehme ich dann wirklich zweilagig, also ich falte mir das so zusammen und dann tupfe ich da einmal rein und dann sieht man schon, also meine Küchenrolle ist jetzt wirklich total weiß, also da ist kein bisschen mehr rosa, das ist richtig, richtig weiß, im Vergleich zu vorher, sieht man, da ist ein Hauch rosa, ich weiß, man sieht das da jetzt über die Kamera ganz, ganz schlecht, aber da ist ein Hauch rosa und da ist richtig weiß, kann man das erkennen, ich hoffe, man sieht es ein bisschen und das mache ich aber auf beiden Seiten, also nicht nur auf der trockenen Seite, sondern auch auf der nassen Seite mache ich das, das heißt, auch da fahre ich rein und tupfe mir das da einmal gut ab und kontrolliere auch da, ob es wirklich schön weiß ist und das ist es bei mir, da ist es ganz perfekt weiß, da ist wirklich jetzt kein bisschen mehr rosa drinnen und dann nehme ich mir nur mal ein Stück und mit dem, dass ich da jetzt einfach schon mal das Gröbste da raus tupfe an Wasser, ist dann morgen in der Früh auch wirklich trocken, also das geht sehr gut, dann fahre ich meistens da außen noch einmal so ein bisschen rund um und so lasse ich es jetzt lufttrocknen, da stelle ich es jetzt, wie die Rena gesagt hat, stelle ich es jetzt wie ein Buch auf, da stelle ich mir es dann da rein und dann passt das, schau ich das noch, schaut bei mir dann so aus, also ich stelle es dann einfach da so auf und so bleibt das jetzt einfach über Nacht stehen, gut, so also ist mein Prozedere des Stempelreinigens so sieht das Ganze aus ich werde zwar noch einmal schnell wieder mit rübernehmen einmal huschen wir da bei unserem Dur und wieder da rauf auf die Verankerung das nackelt noch einmal kurz so gut jetzt habt ihr das Wackeln auch überstanden ja so schaut es aus ok schön ihr Lieben nur irgendwelche Fragen oder seid ihr für heute jetzt wunschlos glücklich mit mir Timo fragt gerade ob mit der Kundenkarte dann noch das Wasser rausstreichen ist wirklich nicht notwendig also ich dupfe das wirklich ab lasse das jetzt über Nacht so stehen und bevor ich schlafen gehe kontrolliere ich ob sich ein bisschen Wasser noch abgesetzt hat das dupfe ich dann nochmal mit Küchenrolle raus dass einfach das gröbste Wasser ausgesaugt ist und dann ist das morgen perfekt und ihr werdet merken wenn das dann gewaschen ist und ihr fahrt am nächsten Tag drüber mit der Hand dann fühlt sich das ganz anders an als sonst also so frisch gewaschenes reinigungskissen das fühlt sich total super an das hat ganz ein eigenes Gefühl das verliert es leider ganz schnell aber das ist immer total super das liebe ich immer sehr ok schön war sehr interessant freut mich sehr stempeln von der Picke auf wie gesagt werde ich in eine nächste Runde gehen aber auf jeden Fall frühestens noch unsere 31 Tage also jetzt sind wir mal 31 Tage lang gibt es jetzt mal Weihnachten und danach geht es dann irgendwie wieder weiter weiter wie die 31 Tage reicht mein Plan momentan noch nicht ich sage es die Beatrix fragt ob ich schon weiß ob wann man die kleine Stanzmaschine bestellen kann leider nein Beatrix wir hoffen dass wir es bis Ende des Jahres kriegen also ich hoffe ja so Richtung Weihnachten dass es noch ausgeht aber es ist noch nichts fixes leider aber sobald ich das weiß und da können sie sich darauf verlassen werdet ihr das da rinnen hören weil auf die warte selber sehr sehr hart auf die freue ich mich schon riesig okay die Bea ist wie beim Friseur Harry perfekt am ersten Tag genau so ist freut mich dass es euch gefallen hat super freut mich echt sehr ich hoffe ich habe für ein paar Aha Momente sorgen können auch bei meinen versierten Stemplern hoffe ich dass was dabei war was wieder was genutzt hat und für alle Neulinge bitte wenn es noch Fragen gibt gerne melden ihr wisst ja über Bestellungen freue ich mich immer eh klar der Online-Shop läuft und ihr verwendet den auch ganz brav und wer und wer neu ist und gern bei mir bestellen möchte dann bitte bitte schauen sie gern auch auf meinem Blog wegen den Gastgeberinnen Code da freue ich mich auch immer wenn der verwendet wird schön okay